Ja, läuft da irgendwie sehr gut auf einmal. Ich weiß nicht wieso, aber das letzte Mal war es ja nicht so gut. Jo, ich bin einer von euch. Ich bin neuer Kollege. Doktor, Doktor, Professor, äh, Rammel, Rammelstein. Ups. So, die Zellentüren. Hier ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ach ne, hier ist ein Schalter. So, und wie muss ich dem helfen? Wahrscheinlich mit Prügelei. Ups. Na. Alter. Ne Massenprügelei. Heilige Scheiße. Oi, 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 oi. Tja. Und, zack. Okay. Hier. Johnny. Du bist frei. Denk ich mal. Oh, jei, oi. Das lief aber diesmal deutlich besser als... ...als das letzte Mal, als wir den Lehrer rausholen mussten. Was? Nein. Bin ich denn verrückt? Bin ich denn da drin? Okay, was gibt's denn noch so? Rache an Mr. Burton. Städte Herausforderung. Skilzeit. Mach mir mal die Rache an Mr. Burton. Ups. Boah, voll gegen die Wand gefahren. Tja, Tja, irgendwie musst du besser aufpassen, wo du hinfährst. So, wo ist das eigentlich? Ach, in diesem Stadtteil sogar. Dann, ja, bietet sich das ja hier an. So. Hopp. Und Rache an Mr. Burton. Ja, tja, tja, tja. Was du an, nee? Nothin'. Well, es sieht aus, wie du an mich an, scumbag. Like I said, nothin'. Oh, come on, I don't wanna fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulwerth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Ich würde gerne diesen Mann eine Lehre erzählen. Er schützt alle. Er geht jeden Tag auf jeden Tag und regelmäßig die Porta-Pottys in dem Park benutzt. Ja, also wenn wir ihn in einem auf einer Helle holen können, dann könnte Herr Burton einen wirklich interessanten Zeit haben. Ja, aber sie sind alle zusammengezogen. Wir müssen ein paar Bolt-Cutters bekommen. Geh ein von der Spaz-Industrie-Bildung und mich im Park. Sicher, dass niemand dich sieht. Wow. Haushaltswaren lernen? Wo ist das denn? Ach, da hinten. Ist das... Oh, welcher Lehrer war es denn? Was? Wow, auf dieser Straße lässt es sich voll mal nicht fahren. Weil es keine Straße ist, sondern Kies wahrscheinlich. Ähm, war es der Sportlehrer? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich denke mal, das war der Sportlehrer. Das war zumindest der unsympathischste Lehrer von... ...den ganzen Spiel. Oder war es der Schulleiter? Ich krache gleich doch nicht. Ich dachte, ich würde jetzt hier mit dem Fahrtfahrer zusammen krachen. Ähm, halbe Stunde nehmen wir jetzt auf. Nur mal so zur Info. Hallo. So, noch ein Stückchen. So. Hallo. Äh, hier rechts lang. So, dann hier in die Gasse rein. So, aber einen Bolzenschneider hab ich. So, mit Zoe im Parktreffen. Ist ja nur ein Stückchen. Ist ja nur ein Stückchen. Zip. Hallo. Nieu. Ups. Jetzt. So. Dö 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 Dö. Dö 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 Dö. Ich mag in mir diesen Soundtrack. Der passt irgendwie, der ist halt so passend. Ja, der passt irgendwie, der ist so passend. Total super Aussage. So. Das Absteigen. Ähm, da war der Eingang. So. Jo. Okay, I got him. Now what? Burton always goes to the can when he goes running. We've got to make sure he uses this one and send him on a drink. Mobile Merde. Sehr schöner Name. I'll take care of this. You make sure he doesn't use one of the other ones. This sounds like it's gonna be good. Sabotiere die Clover-Kabine. Wo sind die denn? Relativ weit weg. Alter. Was willst du? So. Ups. Alter. Wie mach ich das denn? Komm schon. Alter. Hallo. Könnt ihr mal aufwärmen? Oh, scheiß Köter, Mann. So, geht doch. So. Ist ja nicht mehr sehr viel Zeit übrig. Ich hab' ich... Ich hab' sehr viel Zeit dadurch verloren, dass ich... Ja, mich mit den Leuten da prügeln musste. Lalalala. Ich hab' nix gemacht. So. Scheiße. Ach, da halt nochmal. Nochmal ist Mikrofon ein bisschen just hier, weil es ein bisschen rutscht. Naja. Da war'n Gummiband, was ich nicht aufgehoben hab'n... Nicht auf... Na, ach, schade. Es ist die... Es ist die... Ja, scheiß Zeit vorbei. Schade. Äh. Höschenjagd? Wo ist es denn? Wo ist denn die Höschenjagd? Ah. Nein, nix da. Ich helfe dir nicht. Ich hab' genug Geld. Ui. Wow. So. Und. I see me rolling. Hey, hey, ting. Da, 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 da. Oh, ich weiß gar nicht mehr, dass es so wirklich wie die Melodie von ihm... von dem Lied weiterging. Uiuiui. Ach du. Wow, das war knapp. Hallo. Und ich müsste eigentlich mal meine... Gesundheitsleiste wieder... auffüllen. So. So, Höschenjagd. Mal gucken. Junge. Evening, sir. You, boy? What do you think you're doing? Nothing. What about you? Well... I'm... I... I'm looking for naughty boys. I... Ich meine, ich schaue für Naughty Boys in den falschen Teilen des Palms. Was ich meine, Hopkins, ist, dass ich, dass ich in dieser Verlust-Store habe, ich nicht einen Naughty Boy gefunden habe, nicht einen. Das ist gut, Herr, weil das Filz wie das wirklich ein junger Mann kann. Genau! Das ist das Grund, dass ich diese Forschung habe. Um die Gefahr zu sehen. Es ist gut, dass ein Lehrer so dedicated an seine Arbeit zu sehen, Herr. Danke! Aber ich sage Ihnen, Hopkins, ich bin ziemlich entspannt mit all dieser Arbeit. Ich glaube nicht, dass Sie mich ein Verlust machen können? Was? Wie soll ich das sagen? Ich bin in charge von der Laufung dieses Woche, aber ich habe so mit meiner Forschung genommen, dass ich es nicht vergessen, dass ich es alle zusammenfassen habe. Es wäre sehr schrecklich zu fragen, jetzt. Vielleicht können Sie helfen. Aber Sie müssen sich entschuldigen. Sie müssen nachdenken. Sie müssen nachdenken. Sie müssen nachdenken. Also, dann. So, dann. Die. Dann. Ich weiß nichts. Ich werde nichts sagen. Ich werde nicht sagen, Herr. In fact, ich werde es klar, dass ich nie gesehen habe, dass ich nie aus einer Adulust-Store auszunehmen, zu einer Laufung des Magazines. Das ist gut. Jetzt schnell, und bringe sie zu mir, bei der Schule. Aber... Sch. 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 Sch.